Ein Chinook? Hm, nein. Chinook? Ich weiß nicht, irgendeine Spezialität? Vom Rennrodeln, irgendwas in die Richtung. Chinook, oder? Aus dem Japanischen, Chinook. Wisst ihr, was ein Chinook ist? Das ist ein chinesischer Bahnhof. Chinook habe ich gehört, ja. Das ist bei der Beerdigung, wenn die Glocken läuten, vor der Beerdigung in Tirol. Wunderbar. Ja, ich kenne mich aus. Ja, ich merke schon. Ich habe meine Praxis an den Mann. Ah ja, danke schön. Danke schön. Schöpfalch Musik Untertitelung des ZDF, 2020